Was steht da drin? Du kannst nichts dafür. Ich weiß. Nein. Du kannst nichts dafür. Ich weiß. Read me a story. This familiar plea is taken for granted by most parents. But it never happened before books began to be written for children during the last two centuries. Before that, children absorbed their culture as tales along with the adults from their village storage teller and the town or tribes plays, dances and festivals. If they contain violence, frightening images or sexual references, no one noticed. Mach sie krank. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Diese Tapete praktisch ein Leben lang gesehen. Wirst du, dass ich krank bin, ja? Das war's für mich nicht. Ich bin Leben lang. Das war's für mich nicht. Es war's für mich. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.